B1, Frage Nummer 7. Was liest du gerne? Achte auf Using the subordinating conjunction das and specific vocabulary for reading. Hier sind einige Ideen. Ich lese jeden Tag. Mein Lieblingsautor ist Philip Roth, weil er extrem gut schreibt und immer eine gute Geschichte erzählt. Meine Schwester mag ihn auch. Sie sagt, dass Demesis ihr Lieblingsroman ist. Sie liest etwa 5 Stunden pro Woche wie ich. Meine Eltern lesen viele Zeitungen und Zeitschriften. Ich mag nur die Times und lese sie am Samstag und Sonntag. Ich finde, dass sie ziemlich informativ ist. Meine Tante aber ist die größte Leseratte in unserer Familie. Da sie deutsche Literatur mag, liest sie viel Goethe und Schiller. So, we had the present tense of the strong verb lesen, which you may have heard referred to as an I to I-E verb. And the present tense forms we had were... Ich lese, sie liest. Meine Eltern lesen. And you should remember from class that these verbs change only in the Du-Form and the Er, Sie and Es-Forms. So, we have a vowel change in them from Ich lese to Sie liest. And then in the plural form for meine Eltern, we go straight back to the same vowel sound as the singular Ich. It's meine Eltern lesen. We also saw a couple of uses of the subordinating conjunction das. Ich finde, dass sie ziemlich informativ ist. Sie sagt, dass Demesis ihr Lieblingsroman ist. This simply word is a word that means that, so I think that or I find that and she says that. And it's a very, very common word. The one thing you have to remember, hopefully you've spotted it already, is that it sends the verb to the end. We also had some very specific vocabulary for reading we had. Mein Lieblingsautor, Ihr Lieblingsroman, Die Zeitung, Die Zeitschrift, Die Leserate, Die Deutsche, Die Englische, Moderne oder Klassische Literatur. And these are very, very popular in listening and reading by GCSE questions. Especially Zeitung, which means newspaper, and Zeitschrift, which means a magazine. We also have Lieblingsautor, fairly straightforward, and Lieblingsroman, perhaps not so common or not so easy to guess. A Roman is a novel. Leserate is a fun word. A reading rat, we call it a bookworm. And then Literatur, hopefully, is fairly straightforward. Obviously, it's the books in that style or that language.